... 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 Vielen Dank. 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 Hallo. Vielen Dank. ... 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 Wurzel aus der addierten, quadrierten Länge der Katheten. Und beim Dreidimensionalen ist das exakt genauso, nur dass wir hier eben drei Bestandteile haben. Wir haben quasi drei Katheten. Du hättest eine Idee, wie man es macht? Ja, die haben sich MX1-Zimpartpart bis MX2-Zimpartpart bis MX3-Zimpartpart und daraus die Wurzel. Und dann daraus die Wurzel. Die Wurzelfunktion heißt sqrt. Und die sqrt-Funktion aus dem Package-Mass, die returnt ein Double. Wir werden das also noch zu einem Float zurechtstutzen, damit tatsächlich am Ende auch ein Float mit Return zurückgegeben wird. Okay, schauen wir mal, was passiert, wenn ich jetzt mir nicht mehr den Paradeplatz ausgeben lasse, sondern mal die Länge des Ortsvektors vom Hauptbahnhof. Da kommt 0 raus. Die Länge des Ortsvektors vom Paradeplatz. Da kommt 500 raus, weil der Paradeplatz ist von seiner Vektorlänge im Grunde 500 Meter groß. Okay, jetzt haben wir noch die Methode add. Ja, du hast im Dreidimensionalen, da ist es dann eigentlich d Quadrat. Also im Dreidimensionalen hast du ja drei Katheten. Also du hast quasi drei Dimensionen, nicht nur zwei. Also A und B im Normalfall sind eben nur im Zweidimensionalen. Und wir sind jetzt im Dreidimensionalen. Und da haben wir dann noch eine Dimension mehr. Deswegen muss in dieser Summe davon das Quadrat auch noch rein. Jetzt haben wir noch die Methode add. Ich bekomme dort also einen anderen Vektor hereingesteckt. Und der soll mit den Ortskoordinaten meiner eigenen Koordinaten addiert werden. Und dann soll ein neuer Ort zurückgegeben werden. Hat jemand eine Idee, was zu tun ist? Also nehmen wir mal an, wir hätten den Hauptbahnhof, das ist dieser weiße Vektor. Und da addieren wir den Paradeplatz drauf. Der Paradeplatz ist der Vektor V, der zum Vektor Hauptbahnhof dazukommt. Der Vektor Hauptbahnhof hat quasi, wenn wir jetzt mal hier sagen, okay, diese Klasse Ort soll jetzt mal auch einen Hauptbahnhof beschreiben. Dann haben wir ja die drei Koordinaten, mx1, mx2 und mx3. Und da kommt jetzt noch ein neuer Ortsvektor dazu, nämlich der Ortsvektor Paradeplatz. Und raus kommt dann ein neuer Ort. Und zwar ein neuer Ort, das ist quasi am Ende von diesem gestrichelten roten Linie. Und das wird dann der Wasserform sein. Also schauen wir uns das mal an. Wenn ein neuer Ort herauskommen soll, dann muss ich einen neuen Ort erstellen. Das heißt, ich habe schon mal eine Instanz. Ich nenne einfach mal das Ergebnis neuer Ort. So, und von dem neuen Ort berechne ich jetzt die Koordinaten mit dem aktuellen Ort. Plus, um genau die Koordinaten des hereingegebenen Vektors v. und das mache ich eben für alle drei Dimensionen. Und dann zum Schluss gebe ich den neuen Ort zurück. Ich kann hier noch nicht sagen, wie der Name heißen soll, weil das kann eigentlich bloß der verstehen, der mit Add einen neuen Ort erschafft. Also, ich erstelle mal den Ort Wasserturm. Und der ergibt sich, indem ich vom Hauptbahnhof ausgehend den Paradeplatz drauf addiere. Da merkt ihr, wie angenehm das ist, wenn ich jetzt hier Vektoren addiere. Ich muss jetzt nicht selber sagen, wie addiere ich ein von dem Vektor mit dem 1 von dem Vektor. Ich schreibe einfach in mein Sourceport, addiere mal auf dem Hochbahnhof den Paradeplatz. Und damit der Wasserturm auch vom Namen her bekannt ist, kann ich als Mensch, der versteht, okay, wenn ich am Hauptbahnhof bin und 500 Meter nach Norden gehe, dann komme ich auf den Wasserturm. Wasserturm, Mannheim. Gucken wir uns das mal an. Was müsste denn da rauskommen? Ich habe ja hier unten den Hauptbahnhof. Hier ist das Schloss. Ich frage gerne. Gucken wir uns mal an. Genau das will ich jetzt mal herausfinden. Vielleicht habe ich ja Quatsch programmiert. Das weiß man immer erst, wenn man mal durchdenkt, was müsste denn rauskommen? Und was sagt denn am Ende das Programm, wenn ich es ausführe, was da rauskommt? So, der Hauptbahnhof hat die Koordinaten, ich sehe gerade, ich habe dem Hauptbahnhof gesagt, er soll sich am Schloss befinden. Das meintest du, ne? Das ist natürlich Quatsch. Kennt ihr die Refaktorfunktion? Die benennt einfach überall eine Variable um. Jetzt stimmt es wieder. Denn ich habe ja ein Schloss, das befindet sich hier am Nullpunkt. Und vom Schloss 500 Meter nach Norden komme ich zum Paradeplatz in Mannheim. So, jetzt habe ich also das berichtet, vom Schloss 500 Meter nach Norden komme ich zum Paradeplatz. So ist es tatsächlich auf der Karte auch zu sehen. Wenn ich zum Hauptbahnhof gehe, dann muss ich 500 Meter nach, ich glaube, Osten ist das. Also wenn ich vom Rhein gucke, muss 500 Meter nach rechts. Also hat der hier die Koordinaten 500, 0, 0. Das Schloss hat die Koordinaten 0, 0, 0, weil es ja am Nullpunkt sich befindet. Und der Paradeplatz hat die Koordinaten 0, 500, 0. Und wenn ich jetzt hier den Wasserturm berechnen lassen möchte, indem ich einfach den Hauptbahnhof mit dem Paradeplatz addiere, müsste da also 500, 500, 0 rauskommen. Also gucken wir mal, wenn wir das Schloss, was ja die Koordinaten 0, 0, 0 hat, mit dem Paradeplatz addieren. Der Paradeplatz hat an der X2-Koordinaten die 500. Dann lasse ich mal auf der Konsol mir den Wasserturm ausgehen und der hat... ... 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 Und ich muss 500 Meter laufen auf der X1-Achse vom Schloss, damit ich zum Hauptbahnhof komme. Und jetzt kann ich vom Hauptbahnhof, genau das wollten wir ja, den Parallelplatz aufazieren. Okay, gucken wir mal, ob das jetzt klappt, also sieht so aus, in der Konsole kriege ich 500, 500 raus. Und wenn ich mal die Länge mir ausgeben lasse von dieser Strecke, wo ich hier vom Schloss zum Wasserturm in der Luftlinie laufen müsste. Ja, okay, sag Bescheid, wo soll ich noch mal kurz was zu sagen? Ja, klar. Also die Methode addOat war für die, war die okay, soweit? Ja, das ist auch wichtig, dass ihr jederzeit Bescheid sagt, wenn ich irgendwas zu schnell hier umrudele. Also wir haben den Paradeplatz erstellt, wir haben den Hauptbahnhof erstellt. Und der Wasserturm, ihr seht, der wird hier in der Main-Methode nicht mit new erstellt, ne? Weil der wird quasi in der Methode add. Da ist das noch nie drin, was dann für meine Wasserturminstanz genutzt wird. Und wenn ich sage, der Hauptbahnhof befindet sich auf X1, 500 vom Schloss und der Paradeplatz befindet sich auf X2, 500 vom Schloss, kann ich die Koordinaten des Wasserturms dabei zusammenrechnen, indem ich die Beide addiere, weil der Wasserturm liegt bei X1, 500 und X2, 500. Und ich kriege dann eine Länge raus von 707 Meter. Also diese Komfortmethode getlenkt würde sagen, vom Schloss ist es vom Wasserturm 700 Kilometer weit. Und der Anwender an meiner Platte, der kann das jederzeit aufrufen und muss sich nicht mehr Gedanken machen, wie gerechtigt ist und das ist die Zahl. Er kann es einfach benutzen. Okay, klappt das bei euch? Gibt es Probleme bei euch in der Clips irgendwo? Klappt das bei euch soweit? Glaube. pitchesЕbsk irgendeine So, ich hatte ja begonnen damit zu sagen, dass es ganz interessant ist, wenn man sich solche Datentypen einfach mal customisen kann, damit man alles, was zum Beispiel zu einem Ort gehört, in einer Funktion als Rückgabetyp ausgeben kann. Das ist super praktisch, weil ich muss jetzt mir nicht überlegen, wenn ich einen Ort beschreiben möchte, dass ich hier bei einer Rückgabe drei verschiedene Funktionen brauche, die mir einmal x1, einmal x2 und einmal x3 zurückgeben, sondern ich kann einfach sagen, okay, ich packe alles in eine Klasse Ort. Das ist jetzt ein neuer Datentyp, der enthält sogar auch noch eine Zeichenkette als Name und kann hier jederzeit als Rückgabe verwendet werden. Wir haben diese Rückgabe zum Beispiel schon benutzt für die Methode Add. Da wird einfach ein Ort zurückgegeben. Und alles, was zu dem Ort dazugehört, ist zusammen. Aber auch für meine Stadtplanung kann das total Sinn machen, wenn ich zum Beispiel mal alle wichtige Gebäude der Stadt zusammenfassen möchte. Dann kann ich hier sagen, ich hätte gerne den Ort Schloss angelegt in meiner Stadtplanung und den Ort Hauptbahnhof und so weiter. Und ich kann dann auch für die Stadtplanung mir überlegen, gibt es denn noch Plätze, die ich zum Beispiel für touristische Aktivitäten zur Verfügung stellen möchte. Dann kann ich eine Methode bauen, wie zum Beispiel die Methode Get Best Tourismus Ort und die gibt mir einfach mal den Ort zurück, der einfach besonders gut ist für Touristen, ja, das ist zum Beispiel das Schloss. Also ich kann hier eine Methode bauen, die einfach als Rückgabe den Ort hat. Und im Ort ist alles drin, was ich für den Ort wissen muss. Und das macht die Arbeit sehr viel angenehmer, wenn ich jetzt eine Stadtplanung auf der Rachen würde. Ich packe alles, was ich zu Ort denn wissen muss, in die Klasse Ort rein und kann diese dann auch sehr schön übergeben lassen oder zurückgeben lassen. Und damit ist das sehr komfortabel und vor allen Dingen auch überhaupt erstmal möglich, dass ich mehrere Variablen mit einer Rückgabe erhalte. Ist es für euch klar, wie man strukturierte Datentypen als Klassen definieren kann, um einfach alles, was dazugehört, zu diesem Datentyp in eine Klasse zu verpacken? Gibt es zu dem Thema von eurer Seite noch Fragen? Hatten wir beim letzten Mal dieses Beispiel mit dem Döner? Ne, das war so ein anderer Kurs. Aber wir werden jetzt mal eine, wir werden gleich eine Pause machen. Aber vorher probieren wir das gerade mal aus. Ich möchte gerne, dass ihr einen Datentyp Döner baut. Und zwar mit folgenden Inhalten. Der Döner soll eine Beschreibung haben. Er soll einen Preis haben. Und er soll Zutaten haben. Als eine Liste der Datentypen Zutat. Die Zutat hat einfach bloß einen Namen und eine Menge. Soweit zu dem Thema Zutat. Ja, weil? Liste in Form von einer Schlange oder einfach irgendwie? Ich würde hier noch Array nehmen. Wenn ich einen Döner beschreibe, kann ich das eben mit Beschreibung, also es ist einfach nur ein Text, einen Preis und einer Liste von Zutaten machen. Und ich möchte jetzt, dass ihr mal noch eine Methode Create dazu nehmt. Und diese Methode Create, die soll den Döner mit einem weiteren Döner kombinieren, sodass ein neuer, größerer Döner rauskommt. Mit dem Preis, der sich als Summe der Einzelpreise ergibt. Mit einer Beschreibung, die jetzt doppelt so lang ist. Und mit einer Liste von Zutaten, die sich aus der Liste der Einzelzutaten ergibt. Also zum Beispiel, wie würde sowas aussehen? Ich habe, oh Gott, jetzt zeigt man einen Döner. So, in dem, äh, in dem Döner, in dem vegetarischen Döner, also die Beschreibung hier ist vegetarischer Döner. Da sind einfach so kleine Falafel-Dinger drin. Falafel ist euch bekannt? Ich glaube, das wird irgendwie aus, ja, irgendwas Gemüse-Arten gemacht. Falafel, keine Ahnung, wie man es schreibt. So, und jetzt habe ich eben noch einen weiteren Döner. Und der ist nicht vegetarisch, der enthält, äh, was sind das für Fleisch? Rindfleisch? Was ist in einem Döner normalerweise drin? Lamm, okay. Also ein Lammfleisch, Döner. So, und da haben wir dann nicht Falafel drin, sondern wir haben da ein Stück Lammkeule drin. Der vegetarische Döner kostet, keine Ahnung, 2,50 Euro. Und ich möchte jetzt diese beiden kombinieren. Und raus kommt der Lammfleisch-Döner mit Falafel. Okay? Also bitte implementiert das mal. Die Klasse Döner legt in einer beliebigen Mail-Methode dann mal einen vegetarischen Döner an und einen Lammfleisch-Döner. Und erzeugt dann mit der Methode Create daraus den Lammfleisch-Döner mit Falafel. Die Preise werden auch addiert, ja klar. Wir haben jetzt mehr Zutaten, ne? Da können wir den auch teurer machen. Wir haben hier jetzt noch eine Lammfleisch-Keule und Falafel. Und raus kommen sollte dann der Lammfleisch-Döner mit Falafel. Und der wird dann 5,50 Euro kosten. Was meint ihr, wie lange braucht ihr dafür? Also ich persönlich hätte jetzt gesagt, das muss eigentlich in 10 Minuten umgesetzt sein. Und das muss eigentlich in 10 Minuten umgesetzt sein. So, ich brauche ein neues Package. Ich nenne es mal vielleicht, keine Ahnung, Fastboot. In dem Package Fastboot gibt es die Klasse Zutat. Ich fange mal mit der einfachsten Klasse an. Die Klasse Zutat ist im Grunde auch ein strukturierter Datentyp, ja? Der, der einen Namen hat, das war das andere, was der haben sollte. Und eine Menge. Das war's schon für die Klasse Zutat. Und jetzt brauche ich meine Klasse Döner. Die Klasse Döner ist ein strukturierter Datentyp, der aus verschiedenen Datenablageorten bestehen soll. Wir haben uns überlegt, wer sollte eine Beschreibung, einen Preis und eine Zutatenliste haben. Also, diese Variablen wähle ich jetzt mal hier ab. Dadurch, dass ich hier einen komplexen Datentyp habe, Zutat, der ein Array ist, brauche ich also Speicher noch, die nicht besorgen muss. Und deswegen ist es sehr gut, wenn ich in einem Konstruktor für diese Zutaten mal Speicher anlege. Und ich könnte jetzt noch sagen, wenn ein Döner erstellt werden soll, dann soll die Beschreibung und der Preis nicht übergeben werden. Das muss ich aber nicht unbedingt machen. Ich könnte das auch später setzen, aber ich finde es eigentlich ganz praktisch. Wenn ich schon bei dem Erschaffen einer Instanz die wichtigsten Bestandteile dieser Instanz angebe. So, dann gucken wir mal, ob das zumindest so weit funktioniert. Ich erstelle mal eine neue Klasse. Ich nenne die mal Dönerbude. Diese hat eine Main-Methode. Wo ich einfach mal jetzt ein paar Döner erstelle. Also Döner, Veggie-Döner. Döner mit Ballabbel. Was haben wir gesagt? 2,50 soll er kosten. Das App hier hinter der Zahl sagt, ich bin ein Cloud. Sonst wird es als Double interpretiert. So, der Döner, der Veggie-Döner, der hat ja noch ein paar Zutaten. Die muss ich jetzt hier auch noch einfügen. Und zwar möchte ich an der Nullten, im Nullten-Slot, mal die Palafel einfügen. Es wäre ziemlich cool, wenn ich hier direkt sagen kann, dass es sich um eine Palafel handelt. Mit der Menge, na gut, sagen wir mal 3. Also hier beim Konstruieren der Zutaten, finde ich, ist es auch irgendwie cool, wenn man Palafel, also wie die Zutat heißt und die Menge mit übergibt. Und da ich noch keinen Konstruktor gebaut habe in der Klasse Zutat, die das, diese Methode, die das quasi aufnimmt, sagt er mir jetzt hier gerade einen Fehler. Ist aber kein Problem. Bauen wir mal noch den Konstruktor. Auch hier wieder ist eine Convenience-Methode. Ich könnte auch diese Zutat in der Mail-Methode erstellen und danach sie auf die gewünschten Werte setzen für Palafel und Menge 3. Aber wenn ich es gleich im Konstruktor mache, ist es einfach irgendwie kürzer und angenehmer. So, jetzt klappt es hier auch mit meinem Veggie-Döner. So, dann machen wir mal noch einen Schaf-Döner. Wobei, eigentlich können wir den nur Döner nennen, ja, weil das ist ja der Standard-Döner. Die Standard-Döner nennen wir ihn mal. Mit Schaf-Fleisch. Was habe ich gesagt, die Völfte? 3 Euro. Und von meinem Standard-Döner die Zutat an der Stelle 0, im 0. Slot. Das ist dann Schaf-Fleisch. Ja, die Menge ist jetzt irgendwie ein bisschen Quatsch. Ich sage mal, einmal Schaf-Fleisch. So, jetzt habe ich zwei Döner, damit ich die auch so schön auf der Konsole ausgeben kann. Weil so würde ich ja auf der Konsole nur die Adresse auf der Halle kriegen. Das ist ja nicht so nett. Dann baue ich also hier mal noch eine Methode zu String. Und diese Methode gibt ein String zurück und zwar die Beschreibung des Döners mit dem Preis. So, wenn ich jetzt diese String-Methode, also String aufrufe, indem ich einfach auf der Konsole die Instanz ausgebe, dann sehe ich da Standard mit Schaf-Fleisch für 3 Euro. Das schwierigste allerdings ist diese Create-Methode. Die soll jetzt zwei Döner irgendwie kombinieren. Ja, gerne. Wenn ich eine Klasse eine Methode zu String-Methode mitgebe, wird diese immer aufgerufen von der Konsole. Wenn diese Methode nicht existiert und er auch so keine Ahnung hat, wie er das Objekt darstellen soll, dann nimmt er immer die Halden-Position. Zu den Methoden zu String und der Konstruktor für euch soweit klar. Gibt es da Fragen? Kann ich weitermachen mit der Create? Okay, die Create-Methode erzeugt ja einen Döner und sie kriegt auch einen Döner und soll den mischen mit dem Döner, an dem er diese Create-Methode aufgerufen wird. Also ist klar, ich muss auf jeden Fall mal einen neuen Döner erstellen. So, und dieser neue Döner hat auch eine Beschreibung und einen Preis. Wie ergibt sich denn der Preis? Ja? Genau, was schreibe ich jetzt hier? In den Preisbereich, die würde ich jetzt schreiben. Also du hast es korrekt gesagt, ich habe den Preis meines Döners, an dem diese Methode aufgerufen wird. Und ich habe den Preis des Döners, der übergeben wird. Und jetzt möchte ich das Beides, was würdest du sagen? Also A-Preis, E-Punkt, M-Preis. Genau, weil wir können ja dann in jedem neuen Döner sind, also die Döner sind, kann man halt immer zwei Döner sind. Okay, fehlt noch was? Ich kann mich dann nochmal, äh, dösten. Ja? Was fehlt noch? Ja, ich kann mich dann nochmal, äh, dösten. Nee. Also wenn ich eine Methode... Also die Methode heißt P8, ja. Also wenn ich eine Methode C8 aufrufe von einem Objekt, dann hat diese Methode Zugriff auf alle Member-Variablen des Objektes. Ja, genau. Also D-Punkt, M-Preis plus M-Preis. Genau. Also dieser Preis kommt von dem Döner, der da übergeben wird. Und dieser Preis hier, das ist der Preis des Döners, an dem die Create-Methode aufgerufen wird. So, und bei Beschreibung ist es genauso. Ich nehme da die Beschreibung des Döners, der da übergeben wird. Und sage dazu addierend mit einem Freizeichen, damit sich das irgendwie besser lesen lässt, möchte ich die Beschreibung hinzufüllen von dem Döner, von dem die Create-Methode aufgerufen wird. So, jetzt müssen wir mal die Methode hier noch im Kopf richtigstellen. Also die Methode ist Public. Sie soll einen Döner zurückgeben. Sie heißt Create. Und sie kriegt einen Döner übergeben. Wir müssen jetzt noch die Zutaten da quasi gemeinsam zu addieren. Aber das lassen wir jetzt mal weg. Weil im Grunde, das ist im Grunde das gleiche Prinzip, ja. Von den Einzelzutaten der beiden Ausgangsdöner baue ich jetzt dann die gesamten neun Zutaten zusammen. Und in meiner Dönerbude kann ich jetzt einen neuen Döner bauen. Ich nenne ihn mal einen Megadöner. Und der setzt sich zusammen aus dem Standarddöner. Und dazu wird der Veggie-Döner addiert. Und jetzt gebe ich mal den Megadöner auf der Konsole aus. Und was kommt raus? Es kommt raus, Döner mit Palafel, Standard mit Schaffleisch. Okay. Für 5,50 Euro. Eventuell kann man, bevor man das auf eine Menükarte schreibt, den Namen nochmal etwas überarbeiten. Aber vom Prinzip her hat sich das Addieren eigentlich super praktisch hier erwiesen. Und wenn ich möchte... Können Sie gerade mal Döner machen? Ja, ich gehe nochmal kurz um Döner. Welche Methode möchtest du sehen? Und wenn ich möchte und ganz großen Hunger habe, dann kann ich mir auch einen super Megadöner bauen. Und das ist ein Megadöner. Der um nochmal den Standarddöner addiert wird. Und das, was da rauskommt, der Megadöner plus den Standarddöner, den addieren wir jetzt nochmal mit dem Veggie-Döner. Und da drauf machen wir nochmal den Megadöner. Also davon wird jetzt wirklich jeder satt. Mal gucken, was der super Megadöner für einen Preis hat. Das muss ich hier schon scrollen. 16,50 Euro. Der Döner mit Falafel Standard mit Schafleisch. Döner mit Falafel Standard mit Schafleisch. Döner mit Falafel Standard mit Schafleisch. Für 16,50 Euro. Ja, also diese Kombination von Methoden an diesem Datentyp Döner macht jetzt hier nicht so super viel Sinn, aber wäre sehr komfortabel, ausmutzbar. Okay, wir haben die strukturierten Datentypen fertig gemacht. Wir haben uns mit den elementaren Datentypen beschäftigt. Was ein Datentyp ist, wissen wir auch schon. Jetzt ist noch übrig die Aufzählung und die generischen Datentypen. Die Aufzählung als Datentyp ist eine sehr einfache Möglichkeit, wenn ich bestimmte Ausprägungen habe, die nicht sehr vielfältige Formen brauchen, sondern ganz bestimmte Ausprägungen, wie zum Beispiel Wochentage. Es gibt nur sieben Wochentage Montag bis Sonntag. Es gibt nicht 825 Wochentage. Und wenn ich jetzt Wochentage abspeichern möchte, dann habe ich allerdings das Problem, dass wir bisher entweder Strings nehmen müssen, um Wochentage abzuspeichern, da ist aber die Arbeit mit den Strings ein bisschen schwieriger, wenn ich zum Beispiel mir Wochentage abspeichere und ich schreibe rein, ja, dieses Projekt soll an einem Dienstag beginnen, dann könnte irgendjemand anders Dienstag ohne E schreiben, also nur mit einem I ohne E. Es würde immer noch für jeden Menschen Dienstag sein, aber für die Maschine wäre es was anderes. Also Strings sind da ein bisschen ungünstig, wenn ich sieben Wochentage abspeichern möchte. Was man früher gemacht hat, ist, dass man eine invariable Wochentage definiert hat und dann hat man gesagt, also wir sind jetzt bei einem Thema Aufzählung mit dieser Invariable hat man dann gesagt, okay, ich definiere einfach mal eine Invariable Wochentag ich nenne sie mal Tag und diese Invariable Tag die hat jetzt allerdings nur Ausprägungen von Null bis Sechs und Null bedeutet dann eben der Montag und das schreibe ich mir dann als Kommentar dahinter, was die konkreten Zahlenausprägungen bedeuten und die Sechs ist dann eben der Sonntag und wenn die Leute dann ein Programm geschrieben haben zum Beispiel musst du dieses Programm abprüfen ob wir gerade Wochenende haben dann stand in diesem Programm if Tag kleiner 5 dann tue irgendwas damit konnte ich abprüfen ob dieser Tag der da gespeichert war kein Wochenendtag ist ist Variante hat allerdings ein paar Probleme denn zum Beispiel kann irgendjemand auf die Idee kommen mal in Java zu sagen Tag ist gleich 100 wenn ich in Java einer Infvariable die Zahl 100 zuweise ist das gar kein Problem allerdings ist die Logik in der Anwendung jetzt komplett zerstört ja weil meine komplette Anwendung ist eigentlich so programmiert worden dass sie nur Werte von 0 bis 6 für die Tage verwendet also ich muss es irgendwie schaffen zu verhindern dass man Werte größer als 6 meiner Tag Variable zuordnen kann was außerdem jetzt ein bisschen blöd ist wenn ich jetzt sehr lange einen Source Code habe und da steht drin wenn Tag gleich 2 dann mache diese Idee dann muss ich immer in die Kommentarzeile schauen was war denn eigentlich Tag gleich 2 wir wissen dass das Mittwoch ist nach unserer Zählung aber wenn ich jetzt sehr viele andere solcher Varianten hat die irgendwelche Zahlen nutzen um Bedeutung ab bis weiter die hinter den Zahlen liegt dann kommst du da ziemlich schnell durcheinander und aus diesen beiden Gründen dass man sie so schlecht verstehen kann und dass man verhindern möchte dass Werte benutzt werden die eigentlich ungültig sind wurde die Enumeration erfunden die Enumeration ist ein eigener Datentyp in Java ich füge mal meiner Klasse Döner gleich noch einen Wochentag hinzu zum Beispiel an diesem Tag ist der Döner besonders preisgünstig ein Sonderangebot dafür um diesen Wochentag abzuspeichern erstelle ich eine Enumeration abgekürzt in Java ist das Enum und ich sage hier wie soll denn diese Enumeration heißen Wochentag soll sie heißen so und diese Enumeration Wochentag hat in der Kopfzeile nicht mehr den Begriff Glas drinstehen sondern Enum denn was wir jetzt aufschreiben ist keine Klasse es ist ein Aufzählungsdatentyp und dieser Aufzählungsdatentyp besteht nur aus den Ausprägungen die jetzt hier aufgezählt werden und das ist also Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag Ich schreibe hier direkt Zeichenketten rein ohne Anführungsstriche denn das sind die sogenannten Ausprägungen der Enumeration die wie so eine Art Konstante behandelt werden deswegen kann ich hier eine Konstante definieren indem ich sie einfach in den Body der Enumeration hineinschreibe so schauen wir uns mal an wie man das dann nutzt also in der Klasse Döner möchte ich jetzt auch noch mal einen Wochentag hinzunehmen wann der Döner ein Sonderangebot ist also lege ich eine variable Wochentag an die nenne ich Sonderangebotstag und wenn ich nicht die Klasse den Enum Wochentag geschrieben hätte würde es sogar klappen aber mit Refaktor kriege ich das T raus und er benennt automatisch auch den die Java Klasse um als Dateinamen so jetzt habe ich hier also den Datentyp Wochentag angegeben also die Enumeration wird als ganz normaler Datentyp gehandelt und ich sage wie die Variable heißt im Sonderangebotstag und jetzt kann ich in dem Konstruktor sagen okay ganz klassisch habe ich den Sonderangebotstag am Dönerstag ja und ich kann jetzt sagen wie ist denn der Wert von der Variable im Sonderangebotstag und hier sage ich einfach ich setze diesen Wert auf die Enumeration Ausprägung Donnerstag ich muss nicht den Namen des Enumeration davor schreiben doch anscheinend muss ich es doch sonst weiß er nicht dass das keine Zeichenkette ist und das Gute ist ich habe jetzt nur diese sieben Ausprägungen also wenn ich mal Wochentag Punkt anklicke ihr seht da ist Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag drin es wird automatisch vermieden oder verhindert dass ich hier einen Wert verwenden kann der außerhalb des gültigen Bereiches liegt ich kann jetzt nicht den Tag keine Ahnung neuer Fantasietag dazu schreiben weil er sagt dann mir Eclipse hallo das gibt's gar nicht du darfst nur Montag bis Sonntag verwenden und wenn ich hier den Donnerstag angegeben habe kann ich auch super schnell sagen zum Beispiel hier in der Klasse in der Methode Create wenn von dem Döner D der Sonderangebotstag gleich der Donnerstag ist dann mach irgendwas ja also zum Beispiel könnte ich sagen ich ändere jetzt mal diesen Sonderangebotstag auf Freitag oder keine Ahnung also ich kann auch in dem Ding abfragen direkt diese Enumeration Wochentag mit ihren Ausprägungen nutzen ich werde mal in der ToString Methode noch diesen Sonderangebotstag mit ausgeben den Megadöner brauchen wir jetzt nicht mehr ich will den Standard Döner mal ausgeben lassen so und ihr seht in der Ausgabe kommt dann auch Donnerstag raus als Zeichen Kette also Java ist eine Definition von mir direkt in der Ausgabe und es ist so eine Art Konstante die Ausprägungen also ich kann jetzt den Donnerstag nicht in irgendwas anderes umdefinieren ich kann jetzt nicht noch weitere Tage mir ausdenken wenn ich einmal diese Enumeration definiert habe was man vielleicht noch wissen sollte zu der Enumeration wenn ich eine Enumeration Wochentag anlege ich sage hier Public Enum Wochentag ich kürze jetzt mal ab hier und ich fange dann hier in den geschweiften Klammern also im Body an aufzuzählen ich habe einen Montag und so weiter ich mache mal auch Punkt 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 dann wird intern das Ganze als Invariable abgelegt und dem Montag die Null zugeordnet das heißt ich kann diese Tage auch mit größer und kleiner vergleichen weil der Dienstag wird dann weil ich ihn als zweite Ausprägung aufzähle die Eins erhalten Also intern wird es tatsächlich so gemacht wie wir das uns vorher mit dieser Int Variable überlegt haben allerdings mit den vielen komfortablen Eigenschaften dass ich nicht aus Versehen mal den Wochentag auf den Wert inhalt setzen kann und dass ich jederzeit im Ja also es gelingt mir nicht zu sagen ich schreibe hier die Zahl hundert hin das funktioniert nicht ich kann nur die Wochentage nehmen die ich hier auch definiert habe Okay also die Enumeration ist eine sehr sehr praktische Möglichkeit Aufzählungen zu formulieren eingehen, aber ich werde es gerade mal ausprobieren, ob das möglich ist. Also die Vergleichsoperatoren müsste ich noch definieren in dem Dark-Typ. Es ist möglich zu sagen, ich lege auch diese interne Werte für den Runtergleich. Aber in den meisten Fällen wird es nicht benötigt, reicht es eben aus, zu sagen, ich möchte gerne eine Aufzählung machen, mit der ich dann arbeiten kann. Okay. Gibt es so Enumeration-Fragen? Ist das für euch klar, wie man das nutzt? Dann lasst uns das mal ausprobieren. Erzeugt mal bitte eine Enumeration-Monat. Die Enumeration-Tag hatte ich ja gerade schon mal vorgestellt. Und dann erstellt mal bitte eine Klasse Kalendertag. Diese Klasse soll die Variable Wochentag haben. Vom Typ Tag. Ja, Tag ist ein Enumeration. Monat auch. Wochentag, genau. Also Montag, Dienstag, Mittwoch irgendwas. Dann soll der Kalendertag einen ganz normalen Tag haben. Wir könnten hier überlegen, ob wir das auch als Enumeration machen, aber das halte ich für sehr aufwendig. Hier nehmen wir einfach ein Integer. Und dann machen wir aber noch einen Enumeration-Monat. Vom Typ Monat. Und dann erstellt bitte mal diese Klasse. Sie soll dann eine Methode haben. ToString und dort soll die Member-Variablen ausgegeben werden. Okay. Also, probiert es mal aus. die headline-Variablen. Untertitelung des ZDF, 2020